Hey, ich bin's Erik von Insanity und nach zweimaliger Verschiebung kann das Motion May Festival in Schapen endlich wieder stattfinden und zwar nächstes Jahr am 22. und 23.04.2022 und es wird geile Bands geben, viel Metal auf die Fresse. Wir sind natürlich auch mit dabei und wir freuen uns mega mit euch zusammen eine geile Party zu feiern. Wir bringen alte Songs mit, vielleicht bringen wir auch ein paar neue Songs mit vom kommenden Album. Auf jeden Fall wird es eine geile, geile Live-Show geben und ihr seid mit dabei und feiert mit uns einen geilen Abend zusammen. Also, wir sehen uns 22. und 23.04.2022 im Schapen nächstes Jahr Mosh & May Festival. Ciao.